Das ist Fanny, 91, Damenschneiderin, ich möchte mir erlauben zu sagen, dass jedes Kleid extravagant ist. Und die beste Oma, die man sich wünschen kann. Also das macht nicht so schlank, gell? Zwischen uns sollten eigentlich Welten liegen. Sie ist im Krieg groß geworden. Ich im beschaulichen Schwabenland. Ihr wurden Serenaden gesungen. Da ist man geschmachtet von Liebe. Ich habe dazu Apps auf dem Handy. Kennst du Tinder? Fanny hatte mit 30 schon einen Mann, zwei Kinder und einen eigenen Haushalt. Es war alles Zufall, damals gab es keine Pillen. Ich bin gerade wieder bei meinen Eltern eingezogen. Immerhin ganz nah bei Omi. 50 Jahre mag ich das schon. Fanny träumt davon, Helene Fischer zu treffen. Die Helene Fischer. Und ich möchte einen Oscar gewinnen. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Verehrte liebe Frau Fischer, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Wo ist der Oscar? In welcher Stadt? In Los Angeles. Ach, Los Angeles? Hast du kein Geld? Die haben tolle Klamotten. Ich möchte doch dein Kleid tragen. Mit 30, das ist die schönste Jahreszeit. Ehrlich. Schöne Zeit, genieß das. Schöne Zeit, genieß das. Vielen Dank.